So, und was jetzt? Lass mal ein Fadenkreuz bitte wieder haben. Gucken, ob das funktioniert. Bingo, er ist tot. Okay, weiter geht's. Äh, speichern und wir machen uns, äh, ja, tun uns, tun uns Zugang, vor allen Dingen. Äh, Alura suchen und retten, wer ist der Alura? Aber klar, es ist, irgendwas ist. So wenig? Danke. So ein Scheiß kommt nicht hierher. Ah, wie low, eh. Na, gut egal. Mann! Egal, weiter geht's. Auch mit einem Lebensplan weniger. Mann, mit dem Ding kann man echt nur Dauerfeuer, ne? Sonst geht das gar nicht. Hä? So, ich kann nur so wollen. Okay. Panzerpatten, Munition, bingo. Wir können hier speichern. Alles klar. Spiel speichern. Speichern. Weiter. Ha, 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 witzig. Ah, ich hab' für die Munition, sehr schön. Ah, ich hab' für die Munition, sehr schön. Gleich das fast zerstören können, dann wären die alle dreiein aufgegangen, wenn ich das richtig sehe. So, das versuche ich jetzt einfach mal. Also, ich hab' für die Munition, sehr schön. Ich hab' für die Munition, sehr schön. Just mal an den. Oh. Wow. See if I sneaks away. sie meine Güte noch mal es hat das Rüstung und perfekt da will ich hin wird dann bräuchte ich auch jetzt nicht hier neu zu laden ist der mich angestellt habe irgendwas also komm ich da rein ich glaube mal über die kisten so und nichts weiteres danke speichern kann herrgott noch mal ist das entscheidend aber noch mehr ja aber ansonsten ja 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 na bitte endlich eine anständige Waffe mit ein bisschen wenig Schuss finde ich aber gut die Panzerplatte die wir heben inzwischen gespielt hat auch für die gebrauchen soll die Acht Bingo weiter nächste Mett denn 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 all right Sprengladung finden und mitnehmen Prozent Prozent auch ein Schockerchen wie schön das ist breit rot okay um ja mit der Waffe kann ich jetzt im Land von Prozent mehr Durchschlagskraft das gibt es gar nicht so jetzt kann es losgehen das glaub ich keiner mehr ja jetzt keiner mehr die gleich lang erst mal hier noch ein bisschen um das ist mir noch eine Leiter die keine Sprossen hat aber egal bitte Munition für ach schade ja kann ich mich da einhacken die 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 dann gehen wir wieder hoch weiter hoch und da speichern nochmal eben bevor wir jetzt äh, in unser Verderben rennen. So. Oh, scheiße. Was geht denn bei euch? Aber, die gehen mal die Rohnen hier. Oh, das ist eine Tür, die wir nicht mittreten können. Die ist schon so verbuggt. Gut. Die Panzerplatten, sehr schön, danke. Wir haben Neuronen bekommen, also der Aktenkoffer heißt Drohnen. Das sind halt diese selbst schießenden Anlagen. Hör auf, ne, Scheiß, Mann. Wir speichern nochmal eben. Und gehen dann lieber mit der Pistole voraus, denn ich glaube, wir können hier noch ein paar insgeheim erschießen. Oh, wir haben jetzt eine OZ bekommen, sehr schön. Ist ja noch irgendwo... Scheiße. Mann. Halt jetzt voll drauf! Was? Ich muss kurz sagen, überlebt doch nicht, du Arsch. So. Was? Ich weiß nicht, wie viel Kugel muss da rein. Oh, ist ja auch schrecklich hier. Ich geh mal eben zurück. Wenn wir diese eine Panzerplatte da dings da holen, geht ja gar nicht gleich hier gerade. Hä? Achso, da. Scheibenkleister. Meine Güte. Was haben die hier für einen Scheiß? Speichern wir mal eben. Wir haben auch weiter hinten noch eine Panzerplatte. Also, wenn es knapp wird, dann werde ich auch zurückgehen. Allerdings, was soll das denn hier? Achso, okay. Ach ja, aber auch... Ach, das war, glaube ich, die Sprengladung, ne? Sprengladung gesichert. Aha. Sprengladung unter Raketenkran. Ich weiß es nicht, egal. Wir speichern mal eben, wir haben wieder vor das Leben.